so hallöchen da bin ich wieder am start in quantum break und ja wir sind mit jack hier immer noch auf der flucht beziehungsweise weiter auf den labor sofort erkannt hat sich die alte werbetafel darauf sah den bereich den wir ground zero nennen es war klar dass das labor das zentrum von monarchs operation war ich wollte sehen was dort drin war und es fiel der einzige weg zu den trocken docks und seren zu sein ich habe neuigkeiten safeguard squad überprüft die explosion striker team errichtet eine verteidigungsstellung um ground zero ein ganzes striker team für einen typen der vorfall an der universität hat das hq nervös gemacht der typ wird zerlegt wenn eine beschissene pinata glaubt ihr so wir sind noch gut versteckt aber wir haben nur diese eine tonne da also so die jungs haben ja ausgeschaltet jetzt schätze ich die nächsten jungs denn die werden sicherheit nicht lange auf sich warten und wir müssen hier rücker wir müssen die höhle des löwen wo ist der vogel man ausgeschaltet es ist vorbei nein 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 also den ersten habe ich ja mit diesen dingen schon gemacht also ich habe wills labor sofort erkannt hat sich die alte werbetafel darauf ich wollte sehen was dort drin war ist der einzige weg zu den trocken docks und seren zu sein so und jetzt wird es interessant das war das war das schild da kann mir nichts passieren das ist jetzt klar weil ich genau so dieser war es ich merke mir leider nicht immer rund zu packen welcher jetzt das ist ist es nicht doofi und jetzt warte ich erstmal ganz kurz bis das ding aufgeladen ist und dann werde ich mir gleich die verbesserte pider schnappen und dann hoffentlich wird das klappen erstmal noch kurz die zeit erwarten wir können ja schon mal ganz vorsichtig runter so jetzt aber dann wir müssen ihn umgehen wow wow so so jetzt gibt's aus ich habe mich zu sehr auf den konzentriert und ich habe mich zwei davon so das ist ja mal richtig action hier aber ich habe den typen richtig gut platt gemacht aber da war der erste schon zu nah also der andere so wieder da durch ey sorry leute aber hier steht ich habe wills labor sofort erkannt als ich die alte werbetafel darauf sah den es war klar dass das labor das zentrum von monarchs operation war ich wollte sehen was von dem das fiel der einzige weg zu den trocken docks und serines zu sehen und es dem den den der ist Schönen wir auf den Kopf. endlich so und jetzt kommt es auf timing an älter jetzt also so verstärkung er hat sich der grünen zone greifen ziel an so wir haben dann gebraucht er denn immer schön hier kommt ich krieg die krise das ist mal richtig von meinem mikrofon anhören die ich gerade noch ein paar batterien wir hier neu reinlade das kann auch ein schlechter scherz sein und so und ja ich habe dich angeschlossen das ist sehr schön so und dann hoffe ich jetzt endlich doch weil ich habe wills labor sofort erkannt hat sich die alte werbetafel ich wollte sehen was da drin war und es fiel der einzige weg zu den machen ja du brauchst deckung kommt das einzige was mir noch nicht so einfällt wie schön habe ich mir den gerade gekriegt ich wollte die wumme da haben und ich hab die nie gekriegt ich komme auch nicht irgendwie zurück ich muss mich mehr bewegen mehr bewegen mehr bewegen das ist gar nicht so einfach da so und zum vierten mal das ganze den bereich den wir grau und sie ich wollte sehen was dort drin war und das fiel der einzige weg zu den trocken so kommen erst mal ein stück in den popo geschossen so jetzt muss erst mal näher kommen hier der vogel weil das werde ich jetzt wohl nicht mehr schaffen die entfernung mit der knifte hier so doch den habe ich jetzt mir gekreilt die frage ist ich glaube ich könnte in die grüne zone reinlaufen den haben wir auch verstärkung er hat sich der grün so jetzt aber ist passt Nein! Nein! Er hat mich getroffen, er hat mich getroffen! Oh, ich wollte da grad flüchten, ich wollte da grad flüchten! Ich glaub es nicht, ich glaub... Vor allem, warum ist der Vogel da nicht rausgekommen? Ey, das kann doch nicht so schwer sein, Meister, ey. Die ganze Zeit klingt mir das hier so aus, aber die Typen... Ich hab Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf... So, hier ist das Labor das Zentrum von Monarchs Operativen. Ich wollte sehen, was da rum ist. Es fiel der einzige Weg zu den trockenen Docks und zu Wincent. So, den hab ich ausgeschaltet. So, den hab ich ausgeschaltet. So, den haben wir jetzt noch mal rausgezogen. Mal schön drauf. den habe ich die frage ist welchen sollte ich mir als erstes war das geil aus so 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 geschafft beim fünften mal oder so, glaube ich ich glaube es nicht leute ich glaube es nicht leute ich glaube es nicht leute zum fünften mal ich habe es nicht geschafft alter ich glaube es nicht so aber das zeige ich ich beim nächsten mal leute das tue ich jetzt nicht noch mal in dieser folge von daher danke fürs einschalten bis zugucken ihr wisst ja wie es geht mit kommentar like und abo und in diesem sende wie immer bis zum nächsten mal und bis dennne